Ja hallo, liebe Studierenden. Da staunen Sie, hm? Sie denken wohl, ich sitze jetzt in der Karibik am Strand. Aber warten Sie mal ab. Ich habe hier noch eine kleine Überraschung. Huh, auf einmal sitze ich im Gefängnis. Haha, jetzt fragen Sie sich, wie macht ihr das oder das? Hallo, liebe Studierenden. Schön, dass Sie da sind. Aber machen Sie doch ruhig mal Ihr Mikro an hier oder Kamera. Hier Frau Kolumna, was ist mit Ihnen zum Beispiel? Nee, tut mir leid, also die Friseure haben schon seit drei Monaten zu, das geht gar nicht. Och, schauen Sie mich doch mal an. Oder Musterschüler, was ist mit Ihnen? Ja, sehen Sie. Das geht doch. Schön, dass Sie hier zusammen sind. Ähm, Professor Opfermann, Sie sind gemutet. Unten links können Sie sich entmuten. So, unten links. Ah ja, dankeschön. Gut, schön, dass Sie da sind. Dann schauen Sie doch mal bitte in Ihren Unterlagen in die Aufgabe 1, damit wir die gleich besprechen können. Ja? Schatzi, wann gibt's denn gleich Mittagessen? Ach, Schatzi, in der Viertelstunde. In der Viertelstunde. Oh, da muss ich mich aber beeilen. Okay, gut. Dann wer hat denn mal die Antwort auf die Aufgabe 1? Hallo und herzlich willkommen, liebe Studierenden, heute zu Start. Boah, Kevin, gib mir meine Schokolade wieder. Du bist voll doof. Wir wollen heute über... Doch, gib mir sie wieder. Kevin, Chantal, jetzt halt mal leise, ich bin hier in der Vorlesung. Kevin, warte die Klappe, geh zu deiner Schwester, hab sie lieb. Boah, Schatz, kümmer dich doch auf, warum die Kinder. Ja, gleich, ich bin hier in der Vorlesung, hallo. Mann, hier wird nicht geschmissen. Keine Aufnahmen, bitte hier, keine Aufnahmen. Ja, genau, so viel bis hierhin. Schön, dass wir einfach heute an diesem herrlichen Samstagmittag ist es ja mittlerweile, ja genau, wir sind jetzt seit etwa drei Stunden dran, zusammen sein können und diese interessanten Themen austauschen können. Aber ich glaube, Sie haben ja jetzt auch keine Veranstaltung mehr, ne? Also, ein bisschen was machen wir noch? Ich denke, zur Tagesschau werden wir durch sein? Auch bitte jetzt hier nicht schlafen oder sich mit anderen Dingen beschäftigen. Wir werden auch ganz spannende Themen ansprechen. Und dann das nächste Mal treffen wir uns am Donnerstag am Himmelfahrt wieder um 9 Uhr morgens. Hey Leute, was geht? Heute hier das erste und letzte Mal via Zoom, weil ab sofort werden wir uns hier nur noch auf Hausparty treffen. Ich gebe euch gleich meine Handynummer durch und dann treffen wir uns gleich, können wir eine Runde zocken, was quatschen, abhängen. Ja, also hier meine Nummer 015772367215. Alles klar, bis gleich. Herzlich willkommen zur Live-Schalte hier von unserem Versuch Baumannhammer. Und damit Sie mal sehen, was wir für einen Aufwand betreiben, dass Sie ja live mit dabei sein können, schalte ich mal gerade um auf die Rear-Camera. Und Sie sehen dann, hier ist der Mitarbeiter, der Ihnen gleich den Versuch präsentieren wird. Hier ein weiterer Mitarbeiter, der das Ganze mit einer gyroskopisch ausgependelten Handykamera aufzeichnen wird. Hier natürlich die Hauptkamera. Und sowohl ich als auch alle anderen Mitarbeiter aus unserem Team sind natürlich für Sie die ganze Zeit da, um Fragen im Chat zu beantworten. Also, los geht's! Digitale Semester läuft bei mir. Ich hab's kaum gesehen.